Das Wirken, hier in dem universalen Zusammenhang mit der allumfassenden höchsten Wirkungskraft gemeint, ist die Seele dieses Systems. Gott will, sagt Zwingli einmal, da er eine Kraft ist, nicht leiden, dass einer, dessen Herz er an sich gezogen hat, untätig sei. Nur die Getreuen wissen, wie Christus den Seinigen keine Muße gewährt und wie heiter und froh sie bei der Arbeit sind. Es ist nicht die Aufgabe eines Christen, großartig zu reden über Lehren, sondern immer mit Gott große und schwierige Dinge zu vollbringen. Selbst die Lehre von der Gnadenwahl, die für den ersten Anblick die Selbstständigkeit des Handelnden gänzlich aufzuheben scheint, steigert in diesen Zusammenhängen die Bedeutung und die Tätigkeit der Persönlichkeit. Denn wo über Heil oder Verderben des Einzelnen unmittelbar Gott selbst entscheidet und alles am direkten Verhältnis zu ihm hängt, da ist der unermessliche Wert des religiösen Vorgangs im Einzelnen augenscheinlich. Da kann der Gläubige sich ohne alle menschliche Hilfe in Gott gesichert und als ein Werkzeug seines allgütigen und allmächtigen Willens fühlen. Auch tritt bei Zwingli der Gedanke der Verwerfung hinter den der Erwählung zur Seligkeit auffallend zurück. So entfaltet sich hier besonders die reformatorische Idee eines tätigen Christentums. Die Religion wird fortwährend in sittliches Handeln umgesetzt und dadurch bekräftigt. Alles übrige Leben schließt sich freundlich an sie an und ruft in der Gemeinde das Individuum zu selbstständiger Arbeit auf. Es wirkt aus Zwingli ein Geist der Frische und Fröhlichkeit, aber in Verbindung mit pflichtmäßiger Strenge und verstandesmäßiger Klarheit. Zwingli ein Geist der Fröhlichkeit